Der neue Titel ist Highway 41. Aber das Lied soll ein bisschen Freiheit und Abenteuer vermitteln. Und deswegen bin ich auf diesen Titel gekommen. Und außerdem verläuft er durch den Süden. Der Süden ist es. Ja, genau. Okay, liebe Zuschauer. Freiheit und Abenteuer für den Süden, für die Blick ins Land, Leute. Tschüss. Schönen Abend noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018